Wussten Sie eigentlich, dass es eine Pflanze gibt, die Tomoffel heißt? Moment, Moment, Moment. Über der Erde eine Tomate, unter der Erde eine Kartoffel. Deswegen Tomoffel. Was man hier nicht alles erfährt. Was es nicht alles gibt. Jetzt gucken wir mal auf die Zuschauerverteilung. Hinter Bernhard und seinem Sitzen 58 Zuschauer. Hinter Elton und Philipp 65. So, damit haben wir das geklärt. Dann schauen wir jetzt auf die heutigen zwölf Kategorien. Hier ist die Wand. Zwölf Kategorien heute sind im Garten, damals Essen und Trinken, Gesundheit, im Freibad, Zahlen bitte, das Wetter, total genial, Neuheit, tierisch, tierisch, das Fragezeichen, andere Länder, andere Sitten. So, das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf ja die erste Kategorie wählen. Jede richtige Antwort, 500 Euro. Da kommst du nicht weg. Wir nehmen natürlich Gesundheit, wenn wir hier schon einen Arzt haben. Oh Gott, ich kann mich bei keiner Kategorie mehr blamieren, als bei Gesundheit, weil ich es theoretisch wissen müsste. Na gut. Wir kommen zur ersten Frage. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung, sollte Kinderzahnpasta kein Zink enthalten, da es a. zu Appetitlosigkeit führt, b. Flecken auf den Milchzähnen hinterlässt oder c. in hoher Konzentration das Immunsystem schwächen kann. Gut. Also, ich würde als erstes mal vermuten, dass es c. nicht stimmt. Das ist so, mein Bauch sagt, dass Zink sehr gesund ist und das Immunsystem eher stärkt. Weil wenn man krank ist, soll man doch, oder? Ja, davon habe ich auch gehört. Frage ist natürlich nur, gilt das auch für Kinder? Mhm, genau. So, okay. B würde ich erstmal ausschließen, weil es kann vielleicht Flecken hinterlassen, aber warum sollte das ein Risiko sein? Ich meine, das sieht vielleicht nicht schön aus, aber Bundesinstitut für Risikobewertung ist eher wirklich was für Gesundheit und ob eine Milchzähne nur Flecken haben, das interessiert den, glaube ich, nicht wirklich. Also, B würde ich erstmal ausschließen. Dann bleibt er nur noch A übrig. Ja. Bei mir wäre es vielleicht früher gut gewesen, wenn ich zu viel Zink... Ach was, ich finde, du bist wunderbar, genau wie du bist. Und da steht ja auch definitiv kein Zink, nicht wenig Zink und deswegen... Ich meine, ich habe noch nie von dem Zusammenhang gehört, sagen wir mal, jemand möchte eine Diät machen und soll dann mal ein paar Zinktabletten nehmen. Habe ich noch nie gehört. Ach so. Weißt du, was ich meine? Ja. Sonst hätte man ja vielleicht mal Zink in Verbindung mit einer Diät irgendwo gehört. Aber was könnte das denn mit den Milchzähnen zu tun haben? Willst du mich jetzt zu B wieder führen? Nein, ich will nur fragen, warum du es ausgeschlossen hast. Weil das Bundesinstitut für Risikobewertung sich wirklich um das körperliche Wohl, also Gesundheit und Flecken... Okay. Das macht es doch. ...sieht vielleicht nicht schön aus, aber es hat nichts mit der Gesundheit zu tun. Dann bleibt nur A. Wir nehmen A. A. Aber wenn das stimmt, dann ist das doch so eine wunderbare Lösung. Dann stellen wir dich einfach wieder in der Zahnpasta ummelden. Zink wird in Mundhygieneprodukten eingesetzt, weil es antibakteriell wirkt. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung sollte allerdings Kinderzahnpasta kein Zink enthalten. Denn der Bedarf ist bei Kindern geringer als bei Erwachsenen und eine ausreichende Menge wird über die Nahrung aufgenommen. Für die Gesundheit ist der Mineralstoff essentiell. Jedoch kann eine längerfristige Überdosierung die Aufnahme anderer Mineralstoffe beeinflussen, Blutkörperchen verändern sowie das Immunsystem schwächen. Wer weiß denn sowas? Ja. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Ihr könnt also direkt in Führung gehen. Was darf ich dir denn hier kredenzen? Oh, ähm, ich esse wirklich gern. Ja. Ich hab auch schon mal getrunken. Ich auch. Also sind wir Fachmänner für Essen und Trinken. Genau, wir nehmen wir Essen und Trinken. Ja. Wir sind Fachmänner. Du diskriminierst dich. Und dann auch noch diese Frage, Elthenskategorie. Okay, und dann auch noch diese Frage. Oh, dann geht es um Grillen und dann Mettwurst. Um ein Steak. Nein. Um ein Steak zarter zu machen, hilft. A. Eine Handvoll grob gemörselte Traubenkerne. B. Eine pürierte Ananas. Oder C. Die Schale einer Banane. Ich esse seit 20 Jahren kein Fleisch. Okay. Aber, ähm. Um dir die Frage ein bisschen näher zu bringen. Um veganen Steakersatz zarter zu machen, hilft. Genau, danke. Jetzt weiß ich's. Ähm. Du isst ja vielleicht manchmal ein Steak. Ja, aber. Und? Ich hab noch nie eine pürierte Ananas drum gemacht, dann eine Bananenschale draus. Also wenn ich eine Bananenschale öffne, ist eine Banane drin. Da war noch nie ein Steak drin. Warte mal. Und eine Handvoll grob gemörserter Traubenkerne, das würde ich nur so wegen der Handvoll, das ist so. Jetzt hab ich aber so ein, so ein Riesensteak und dann ist es, also ich ganz ehrlich, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich würde das sofort ans Publikum geben. Ah, das haben wir ja auch noch. Richtig? Was heißt noch? Noch sind wir alle da. Wenn die jetzt schon weg wären, bevor wir die erste Frage kriegen, dann ist das Vertrauen nicht sehr groß. Ich wäre groß. Wenn du keine Ahnung hast, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Null. Null Ahnung. Toll. Oh, guck mal. Guten Tag. So. Oh ja. Das ist nicht so. Und wie entscheidet man das jetzt? Ja, das ist, wie man das entscheidet, der, der zuerst aufgestanden ist. Hast du das beobachtet? Beide gleichzeitig. Okay, und da? Bewegung ist gut, dann nehmen wir die Dame weiterhin. Ah. Okay. Ich wollte Ihnen sonst... Ich komme zu Ihnen. Hallo. Ich kenne Sabine. Hallo Sabine. Woher kommst du? Aus Soltau. Aha. Und ich würde B sagen. Du würdest B sagen. Und du kennst dich so mit Küchenfragen einfach gut aus. Na, ich hoffe. Sabine aus Soltau hat sich für B entschieden. Um auch Rindersteaks aus der Schulter oder Unterschale zarter zu machen, kann eine Bio-Ananas verwendet werden. Vielzu wird die Frucht mitsamt der Schale püriert und das Steak etwa eine Stunde im Kühlschrank in der Ananasmasse mariniert. Das besonders in der Schale enthaltene Enzym Bromilain spaltet das Kollagen im Fleisch, wodurch es zarter wird. So kann auch ein günstigeres Steak mit höherwertigeren Steaks mithalten. sehr gut. Sabine, Glückwunsch, richtige Antwort, die ersten 500 Euro. Also ich wäre, da ich ja jetzt in meiner Arztrolle schon gescheitert bin, für tierisch-tierisch, da ich ja noch den Ranger drehe, der übrigens am 3. Januar ausgestrahlt ist in der ARD, würde sich tierisch-tierisch wählen. Sehr gut. Denn der kennt sich gut mit Tieren. Na aus, mal gucken. Da bin ich gespannt. Wie finden sich europäische Temnothorax-Albipennis, kurzes E, nein, 2N, Ameisen in einem weitverzweigten fremden Bau zurecht. A, sie biegen an Wehgabelung in der Regel links ab, B, sie folgen den Duftspuren der anderen Art, die dort lebt, oder C, jeder europäische Ameisenbau hat denselben Grundriss. Das ist ja geil. Temnothorax-Albipennis, Ameisen. Ja, das ist ja voll einfach. Nicht jeder europäische Ameisenbau hat denselben Grundriss. Ich finde A, total abwegig. Genau so hat das eben auch angefangen. Die sagten, ich bin mit C, total abwegig und das war's dann. Aber wieso sollten die immer, also gut, in der Regel links ab, aber wenn die immer links abbiegen, dann gehen die doch immer im Kreis. Ja, wenn die immer im Kreis laufen. Die folgenden Duftspuren der anderen Art, die dort lebt. Ja, okay. Kann natürlich sein. Dann müssen die aber sämtliche Duftspuren aller fremden Ameisen kennen. Aber jeder europäische Ameisenbau hat denselben Grundriss. Das finde ich auch komisch. Ich finde alles komisch. Aber, weißt du, ich meine, diese Ameisenbauart, sind die nicht im Endeffekt ähnlich aufgebaut? Weißt du, dass man sagen könnte, das ist halt irgendwie, die Natur hat das vorgegeben, wie die diesen Ameisenbau machen und diese Tunnel verlaufen immer in ähnlichen Bahnen und deswegen finden die sich tatsächlich sowohl in ihrem Bau als auch in dem anderen Bau ganz gut zurecht. Kommt mir so auf den ersten Moment eigentlich schlüssig vor, weil die Duftspuren, sagen wir mal, das ist ein Ameisenbau. Die Duftspur müsste doch in jedem Gang sein von dem Ameisenbau. Weißt du, was ich meine? Die geben doch nicht eine Duftspur nur da, wo der Weg richtig ist, sondern die laufen doch in jeder Ecke Ihres Baus die andere Art. Oder? Ich weiß es nicht, ich bin keine Ameise. Ich habe keine Ahnung. Ich finde C am sinnvollsten. Jede europäische Ameise hat denselben Grundriss. Das heißt, also egal ob Waldameise, die einen Ameisenhaufen haben oder die, die unter der Terrasse sich buddeln, da ist immer rechts unten die Küche, oder was? Links oben Wohnzimmer, also es ist immer, immer gleich. Sag mal, aber in der Regel links ab, die würden doch immer im Kreis laufen, oder nicht? Die würden immer im Kreis laufen und dann wären sie wieder irgendwo da und dann... Wenn du jetzt in den Labyrinth gehst, da findest du dich doch nicht zurecht, wenn du immer links abbiegst. Nee. Oder doch. Entschuldigung, wir sind ganz abgetrifft. Wir haben Spaß. Was macht ihr denn? Wollt ihr was riskieren oder fragen wir das Publikum? Wo schlägt dein Bauch hin? Dann wäre ich doch bei B. Bei B. Dass die die Duftschuhe und andere Arten... Gut, dann nehmen wir B. Alles klar. Haben wir eingeloggt, immer spannender zu fragen aus dem Tierreich. Britische Wissenschaftler haben 2014 bei einer Ameisenart, die zur Unterfamilie der in Mitteleuropa vorkommenden Knotenameise gehört, das Verhalten beim Erkunden von fremden Nestern beobachtet. Die Tiere halten sich nah an der Wand und biegen, bei Möglichkeit, meist links ab. Die Forscher sehen darin zwei Vorteile. Die Chance, wieder zum Eingang zu gelangen und auf Artgenossen zu treffen, ist höher. Außerdem verbuten die Forscher, dass die höhere Anzahl Facettenaugen auf der rechten Seite eine Rolle spielt. Die Tiere haben ihre Umgebung durch den Linksstrall besser im Blick. Aber ich glaube, da hätte das Publikum auch nicht helfen können. Oder? Da hätte keiner helfen können. Wir haben noch eine Menge Fragen zu spielen. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Hier können die nächsten 500 dazu kommen. Ja, lass mal. Nimm 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 mal. Auch wenn es außerhalb der Weihnachtssaison ist, würden wir gerne im Freibad machen. Da ist jetzt nicht viel los, da können wir uns umschauen. Ja, da können wir uns richtig umschauen. Warum bekommen blonde Haare nach einem Besuch im Freibad häufig einen Grünstich? A. Das Chlor im Wasser reagiert mit Zinkoxid in Sonnencreme. B. Algenvernichtungsmittel im Wasser enthalten Kupfer. Oder C. Blonde Haare sind Anziehungspunkte für Wasserbakterien. Ach du Scheiße. Warte mal kurz. Okay. Wir haben beide sofort Chlor gesagt. Was mich jetzt nur wundert, ist die Sonnencreme, was die damit zu tun hat. Die landet ja auch, landet die im Haar? Naja, sie landet im Wasser. Und wenn man dann mit den Haaren ins Wasser geht, durchdringt man die Sonnencremeschicht. Die sich im Laufe der Zeit, also wenn du am Schwimmbad abends kannst du quasi die Sonnencreme für den nächsten Tag abseihen. Und dich dann nochmal. Und dich dann am nächsten Tag nutzen. Genau. Das ist so, das machen ganz viele. Tennisfeld geht, das habe ich in irgendeiner Sendung gemacht. Genau. Ich weiß, wie man die grünen Haare wieder normal kriegt. Ketchup. Das heißt. Ist das so? Ja. Das habe ich gelernt in einer öffentlich-rechtlichen Sendung, die auch mit Wissen zu tun hat. Ketchup. Okay. Gut. Algenvernichtungsmittel im Wasser enthalten Kupfer. Nee, Kupfer. Nee, glaube ich. Okay, das würde aber bedeuten, dass das Kupfer mit den blonden Haaren reagiert und sie grün macht. Die Frage ist, reagiert Zink mit blonden Haaren oder Kupfer? Nee, Kupfer würde nicht mit blonden Haaren reagieren. Und Kupfer reagiert doch eher mit Sauerstoffen, wird grün. Ja, wollte ich sagen. Also die Frage ist, warum wird das Algen vernichtet? Warum werden die Algen blond im Wasser? Weil mit Kupfer reagieren, das wäre... Die mit Kupfer reagieren. Also wir haben sofort Klor gesagt, wir finden hier Klor, das andere können wir nicht verstehen. Also nehmen wir A. Nee, es ist vollkommen klar. Und dann können die drüben wieder länger überlegen, oder? Genau, wir sind einfach das schnellere Tief. Wir sagen für A. Okay. Wir sagen A. Hätten wir auch. Und Zink ist ja eh so eine gefährliche Geschichte. Muss man aufpassen. Beim Baden in chlorierten Schwimmbecken bekommen blonde Haare häufig einen Grünstich. Schuld daran sind Algenvernichtungsmittel auf Kupferbasis, mit denen Swimmingpools gereinigt werden. Das Chlor im Poolwasser lässt den Kupferanteil oxidieren. Das Metall bindet sich dann an die Proteine in den Haarsträhnen und färbt sie grün. Betroffen sind sämtliche Haarfarben. Jedoch zeigt sich der Grünton besonders auf hellem Haar. Man lernt nie aus. Du bist nur abgefahren, oder? Es bleibt bei 500 Euro. So, ihr könnt ausgleichen. Erst so ein Trink ist ja leider weg. Ja, wir schaffen das jetzt. Wie sind die Ente? Total genial. Total genial. Ja. Hast du da mal irgendwas gespielt in der Richtung? Er ist ein genialer Schauspieler. Danke sehr. Wie lässt sich ein kleines Loch im T-Shirt oder in einem dünnen Pullover ohne Nähen beheben? A. Maschen zusammenschieben und von hinten Fixierstoff aufbügeln. B. Stoff kühlen und anschließend eine dünne Lackschicht aufsprühen. C. Stoff um das Loch herumspannen und mit Zahnbürste reiben. Ich freue mich jetzt schon auf die Antwort, weil ich die Antwort gerne hätte. Ja. Das muss man ja wissen für die Zukunft. Boah. Also ein dünnen Pullover oder T-Shirt. Wunderbarer Alltagstipp. B. Maschen zusammenschieben. Fixierstoff aufbügeln hört sich natürlich total logisch an, aber Fixierstoff wird doch irgendwas sein für das Kleben des Stoffes. B. Da würde ich es auch eher lieber nähen. B. Äh? B. So. B. Anschließend eine dünne Lackschicht aufsprühen und anschließend eine dünne Lackschicht aufsprühen. B. Und dann, ja gut, muss ich was kühlen. B. Ja, das kann ich, ja, warte, warte, warte. B. Zieht sich was nicht zusammen, wenn man was kühlt? B. Hm. B. Könnte sein, ja, ja, das passiert gelegentlich. B. So, das kann doch vielleicht sein, dass der Stoff sich dann wirklich zusammenzieht, somit auch das Loch zu macht. B. Ja. B. Und wenn du dann eine kleine Lackschicht draufsprühst, dann geht das nicht so schnell auseinander. B. Glaubst du wirklich, dass die da Lack auf ihre Pullover sprühen? B. Naja, wenn es nur ein kleines Loch ist. B. Von innen? B. Das steht ja nicht von innen. B. Äh, dünnen Pullover von innen. Achso. B. So, was war C. Stoff um das Loch herumspannend. B. Und mit Zahnbürste reiben. Machst du das nicht noch mehr kaputt? B. Theoretisch, ja. Aber sag mal, dieser Fixierstoff, den machst du einfach weg, weil das hört sich doch, also wenn es so was gibt, ein Fixierstoff, ist das doch eigentlich logisch. B. Das hört sich doch an wie ein Flicken, den man aufbügelt. B. Ja. B. Ne? So wie, weiß ich nicht, so ein Patch, den man sich aufbügelt oder so. Und wenn ich das jetzt von innen mache, ist doch klar, dass das Loch dann irgendwie weg ist. B. Wenn ich so die Maschen so zusammenschiebe, so, und dann jetzt von innen Kleber drauf mache, dann ist das doch wieder zusammen. B. Da ist das Loch weg. B. Sollen wir das Publikum fragen? B. Wir fragen das Publikum. B. Okay. B. So, wir schwanken zwischen A und B. Kann natürlich auch C sein, dann würde ich, aber... B. So, jetzt aber, komm Freunde, die ersten 500 Euro. B. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, ich... Ich hatte auch gedacht, da muss doch ein Mann dabei sein, der das weiß. Hallo, Herr Ebert aus Coesfeld. Hallo, Herr Ebert. Ja. Bist du so mit Handarbeit und Nähen und so vertraut? Nee, mit Nähen nicht, aber mit Basteln. Und von daher... Okay, das kann auch helfen. Kann ich dir gut vorstellen, mit dem Lack, mit dem Kühlen, das kenne ich zwar nicht, aber mit dem Lack aufsprühen, um was zusammenzukriegen, geht. Also, du sagst dann dementsprechende Antwort. B. B. Okay, alles klar, Herr Ebert. Dann, hier kommt ein wichtiger, sicherlich noch oft zu gebrauchender Alltagstipp. Ein kleines Loch im T-Shirt oder einem feinen Pullover zu nähen, verursacht oft auffällige Knubbel. Leichter ist es, das Loch mit diesem Trick verschwinden zu lassen. Die Maschen werden mit den Fingern vorsichtig zusammengeschoben. Dann wird von hinten ein leicht befeuchtetes Stück Fixierstoff mit der Wolleinstellung des Bügeleisens aufgebügelt. Das Loch wird so unsichtbar und ein weiteres Aufgehen der Maschen wird verhindert. Herr Ebert, was ist denn heute los hier? Ja, aber wir können doch, kann doch immer eine Menge. Das war ja auch meine Idee. War ja auch eine Idee. So, ihr müsst eure Taktik nochmal überdenken. Wir kommen gleich. Wir nehmen andere Länder, andere Sitten. Ja. Obwohl, nee, das ist eigentlich gar nicht... Das machen wir. Welches Ritual sieht das britische Parlament vor, wenn der neu gewählte Sprecher des Unterhauses sein Amt antritt? Das ist ja super. A. Er muss von seinen Kollegen zu seinem Amtsstuhl gezerrt werden. B. Er soll beweisen, dass er eine Tasse Tee in 10 Sekunden leeren kann. Oder C. Er darf den ersten Tag nur barfuß im Parlament unterwegs sein. Oh Gott. B. Er darf den ersten Tag nur barfuß im Parlament unterwegs sein. Das finde ich total komisch. Ja. Er soll beweisen, dass er eine Tasse Tee in 10 Sekunden leeren kann. B. Das findest du nicht komisch? B. Noch komischer, finde ich. B. Er muss von seinen Kollegen zu seinem Amtsstuhl gezerrt werden. B. Weil, als sie damals mit dem Ritual angefangen haben, wussten die ja noch nicht, dass das irgendwann mal im Fernsehen übertragen wird. B. Und vielleicht soll das sogar symbolisieren, also die haben ja so Sachen, wenn die Queen redet, dann wird einer aus dem Parlament, geht in den Königspalast und die haben noch Sachen, wo sie ihre Schwerter aufhängen können. B. Also die sind ja ein bisschen, das sind so zwei Schwertlängen entfernt voneinander. B. Also die haben ja ganz viele so. B. Und vielleicht soll das symbolisieren, dass man das Amt eigentlich nicht will. B. Ja. B. Weil die Last auf den Schultern. B. Einen da nieder treibt. B. Das wäre britisch. B. Vor allem, also Tee in 10 Sekunden, wenn der nicht so heiß ist, ist aber kein Problem. B. Total einfache, schützt die um. B. Zack, ausschütten. B. Geleert. B. Leer. B. Wir nehmen A. B. Ja. B. So, und wir werden es jetzt direkt zu sehen bekommen. B. Ja. B. Als der Abgeordnete Lindsay Hoyle am 4.11.2019 sein neues Amt als Sprecher des britischen Unterhauses antrat, durfte er nicht eigenständig zu seinem Amtsstuhl gehen, sondern wurde von den anderen Abgeordneten dorthin gezerrt. B. Das Ritual erinnert daran, dass das Amt früher alles andere als beliebt war. B. Viele wehrten sich als Repräsentant des Unterhauses gegen das Oberhaus und damit den gefürchteten Monarchen antreten zu müssen. B. Richtige Antwort. Ihr steht bei 1000 Euro. B. Jetzt aber. B. Das ist alles nur noch Dreck. B. Äh. B. Was hat er gesagt? B. Elton. B. Was hat er gesagt? B. Elton lässt sich manchmal so gehen. B. Was denn? B. Fragezeichen. B. Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves. Ja, das finde ich super. A. Hatte als Kind Schock-Rocker Alice Cooper als Babysitter. B. Ist Doktor der Philosophie und Pädagogik. Oder C. Bekam die Rolle in Matrix, da er für Nicolas Cage gehalten wurde. Gott, ich will so lustig. Ja, ist immerhin eine Filmfrage. C. Kann ich immerhin so viel zu sagen, dass ich weiß, dass die Rolle Neo in Matrix ursprünglich Will Smith hätte spielen sollen und dann aber Keanu Reeves genommen wurde. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass jemand ihn für Nicolas Cage gehalten hat. Das würde man Will Smith nicht für Nicolas Cage haben. Das auch nicht. Aber der war zu der Zeit auch schon bekannt. Der hat auch schon viel gedreht. Keanu Reeves, Speed und alles mögliche. Der war schon ein großer Star. Warum sollte man die verwechseln? Okay. Oh gut, zähl schon mal raus. Ja. Alice Cooper als Babysitter? Keine Ahnung. Kann natürlich gut sein. Das wäre einfach so eine interessante Information. Doktor der Philosophie und Pädagogik. Habe ich noch nie davon gehört, dass er das ist. Könnte natürlich sein, dass er sich neben der Schauspielerei damit beschäftigt hat. Der ist schon breit aufgestellt, so der Mann. Der hat viele Interessen. Der fährt ihren Motorrad. Der macht alles mögliche. Das könnte zumindest sein. Ich habe aber noch nie davon gehört. Ich kann mir A nicht vorstellen, wie alt ist jetzt Alice Cooper. Also der war doch auch schon relativ früh erfolgreich, Alice Cooper. Warum sollte der Babysitter sein, wenn er jetzt steht, irgendwie Patenonkel oder sowas. Okay. Was machen wir? Wir nehmen B. Nehmen B. Hätte ich einfach gemacht. Alice Cooper als Babysitter? Nee. Der bekannte Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves lebte als kleiner Junge in die 1970ern mit seiner Mutter in Toronto. Beide wohnten in der Hazleton Street, wo sich auch ein bekanntes Tonstudio befand. Seine Mutter arbeitete als Kostümbildnerin und hatte viele Freunde in der Musikbranche. So kam es, dass sie den kleinen Keanu oft bei ihrem Nachbarn Alice Cooper ließ, wenn sie zur Arbeit musste. Gruselrocker Alice Cooper war also tatsächlich der Babysitter des späteren Hollywood-Schauspielers Keanu Reeves. Wir machen Zahlen oder Wetter? Wetter. Gut. Das Wetter. Warum verwirrte eine riesige Wolkenfront auf dem Niederschlagsradar Meteorologen in San Diego im Juni 2019? Das stimmt schon unbegelesen. A. Sie verschwand immer wieder vom Radar, B. Es handelte sich um einen Schwarm aus Marienkäfern oder C. Die Wolkenfront bewegte sich geradlinig vor und zurück. Ein UFO. Ein riesiger Wolkenfront auf dem Niederschlagsradar Meteorologen. Eine Wolkenfront auf dem Niederschlagsradio. Also sie verschwand immer wieder vom Radar, finde ich für eine Wolkenfront, also finde ich komisch und das verwirrte, ich war sofort bei, ich hatte sofort Tiere im Kopf. Die Wolkenfront bewegte sich geradlinig vor und zurück, das heißt sie geht hin und her. Ich meine, verwirrend ist das natürlich. Also wenn es Marienkäfer waren, dann ist es natürlich logisch, aber warte mal kurz. Ja, ah, hier, San Diego, Juni, Sommer, wolkenfreier Himmel, plötzlich taucht eine Wolkenfront drauf. Keiner weiß, wo der herkommt, es gibt keine natürliche Erklärung dafür. Es müssen, es müssen noch richtig sein. Ich gucke, ob jemand nickt, weißt du, ja, genau, und genau das darfst du nicht. Und in dem Moment ist es verboten, das ist das Problem, deswegen dürfen wir uns nicht umdrehen. Ach, ich darf mich gleich umdrehen. Das hunde mir gar nicht gesagt. Aber du darfst mich anschauen, du darfst mich anschauen. Ich möchte mich anschauen. Es ist nämlich auch hier schon vorgekommen, dass Gäste vom Radar verschwunden sind. Aber das ist total, ich finde B super. B? B ist super. B ist super. Tonk. Gott. Am 4. Juni 2019 entdeckten Meteorologen in San Diego eine große Wolkenfront auf ihrem Radar. Jedoch konnte kein Niederschlag verzeichnet werden. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter beobachtete das Geschehen vor Ort und stellte fest, dass es sich um einen gigantischen Schwarm aus Marienkäfern handelte. Schwärme dieser Größe sind zwar bekannt, dass sich jedoch Millionen von Käfern auf dem Radar über eine Größe von ca. 130 mal 130 Kilometern erstrecken, ist äußerst ungewöhnlich. Wahnsinn, richtige Antwort. So, 1500 Euro sind es für euch. Aber jetzt. Jetzt. Also, Respekt. Wir haben noch im Garten damals Zahlenbitte und Neuheit. Im Garten. Hm? Welche Faustregel zeigt, dass es Zeit ist, mit dem Rosenschnitt zu beginnen? A, wenn der letzte Spargel gestochen wird. B, wenn die Forsythien anfangen zu blühen. Oder C, wenn der Osterhase die Eier bringt. Ich finde, das hat ja alles was mit Frühlingsanfang zu tun. Mehr oder weniger. Der letzte Spargel wird halt, es ist halt, was ist das so, auch Mai, Juni. Also Spargel fängt ja früh an mit, die Spargelzeiten. So, Osterhase ist meist Ostern, das ist so März, April. So, wann Forsythien blühen, das weiß ich nun leider überhaupt gar nicht. So, wir wissen wieder mal nichts. Das läuft heute. Wobei, vorhin, sagen wir mal so, bei den anderen Antworten glaubten wir etwas zu wissen. Ja, 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 vielleicht haben wir jetzt mal recht und wissen es aber gar nicht. Was machen wir denn? Komm, du haust einen raus jetzt. Du machst das jetzt. Muss heute pünktlich zu Hause sein, ich muss noch. Die jungen Ärzte der Weihnachtsfilm gucken heute Abend, so eine Nacht. Und vorher die Tagesschau. Was macht der denn, eine OP im Intensiv? Ich weiß es doch nicht. Es ist nicht. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Ich weiß es nicht, ich traue mich nicht zu sagen. Dann lass dir von Philipp doch sagen, was du sagen kannst. Ja, komm, wir nehmen jetzt B. Wir nehmen B. Oh. Damit Rosen im Sommer kräftig blühen, sollten sie im Frühjahr ab Mitte März zurückgeschnitten werden. Dies sollte jedoch erst erfolgen, wenn die Nächte frostfrei sind. Ein genaues Datum gibt es dafür nicht. Als Faustregel gilt, wenn die Forsythien anfangen zu blühen, kann mit dem Rosenschnitt bedenkenlos begonnen werden. Man muss nur die richtigen Themen für sich entdecken. Schalen, bitte. Das hat dir sich von Anfang an gewünscht. Das fand ich irgendwie gut. Nur jeder vierte Erwerbstätige in Deutschland ist Mitglied einer Gewerkschaft, nimmt jährlich an Weiterbildungsmaßnahmen teil oder strebt die berufliche Selbstständigkeit an. Boah. Boah, ist das aber... C würde ich so voll ausschließen. Das strebt die berufliche Selbstständigkeit an. Ich glaube, das sind sogar noch weniger, würde ich fast sagen, weil die allermeisten sind... Ja, sind es ja nicht. Ja. Eben. Ist Mitglied einer Gewerkschaft, also die Gewerkschaften haben das Problem, dass immer weniger Mitglieder sind und auch auf der Arbeitgeberseite gibt es immer weniger Betriebe, die in den Arbeitgeberverbänden sind. Das ist zumindest ein Thema. Allerdings nimmt... Die Weiterbildungsmaßnahmen, die über Aussagen machen, waren nicht weniger, oder? Warte, ich muss mich überlegen. Die Frage ist, wie viel? Jeder vierte. Jeder vierte. Ähm, ich bin... Komischerweise bin ich sofort bei der Gewerkschaft gewesen. Nimmt jährlich an Weiterbildungsmaßnahmen teil... Wäre 25% viel oder wenig, um an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen? Ich finde 25% sogar recht viel. Eben, ich finde es nämlich zu viel für Weiterbildungsmaßnahmen. Ich glaube, dass es noch weniger ist. Ja, genau. Überlegt, da ist ja jeder dabei. Also nicht nur, ähm, keine Ahnung, die Arzthelferin, die dann die Röntgenweiterbildung macht oder sowas, sondern jeder, der angestellt ist. Sollen wir... Ah, wir sind doch bei... Wir sind so klar bei A. Wir sind so klar bei A, dass wir sogar das Video jetzt neu drehen würden. Ja, wenn es nicht stimmen würde. Okay, A. Gut. Oh nein, die sind unglücklich. Die Meinungen sind gezeigt. Ja. Laut Statistischem Bundesamt lag die Anzahl an Erwerbstätigen in Deutschland 2018 bei knapp 45 Millionen. Obwohl gemäß einer Umfrage von 2018 viele Erwerbstätige gute Chancen für eine berufliche Selbstständigkeit sehen, will nur jeder vierte Befragte sein eigener Chef sein. Gründe dafür sind das steigende Durchschnittsalter und der Wunsch nach finanzieller Sicherheit. Aber auch die momentane gute Beschäftigungslage auf dem Arbeitsmarkt. Ihr bleibt trotzdem in Führung mit 1500 Euro. Hier können wir jetzt nochmal ein Stück rankommen. Also eher B. Also eher B als Erzähl. Damals oder Neuheit? Weiter könnten die beiden Kategorien thematisch nicht auseinander liegen. Neuheit? Neuheit. Forscher der Universität Stuttgart entwickeln Bauelemente aus Holz, die... Warte, 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 warte. A. Solarenergie in Form von Strom weiterleiten. B. Sich ohne Maschinenkraft selbst in Form biegen. Oder C. Nach drei Jahren stahlhart sind. Könnten wir damals bekommen? Ja, ist nicht möglich. Oder zumindest mal vergleichen. So lange nur warten, dann ist das da. Okay. Forscher Holz. Solarenergie in Form von Strom weiterleiten. Na gut, Holz leitet zumindest Flüssigkeiten. Also von der Wurzel geht's bis hin... Also irgendwas leiten die schon mal weiter. So. Aber... Strom... Ich wirb's nur mal in den Raum. Sich ohne Maschinenkraft selbst in Form biegen. Das heißt, da steht ein Stück Holz. Du sagst Stuhl. Das macht gerade Sinn. Und er biegt sich dann zum Stuhl. Das macht gerade Sinn für mich irgendwie, dass man... Ich hab sowas zumindest mal gesehen, aber das ist nicht wirklich ein Bauelement. Aber ich hab sowas wie ein Stuhl mal gesehen, der gewachsen ist. In irgendeinem Bericht oder so. Also es war quasi... Die haben... Die Äste sind durch eine Art Form gewachsen. Und am Ende kam ein Möbel raus. Weißt du, was ich meine? Ja, Stühle geflüchtet, ne? Ja, quasi. Es war tatsächlich ungefähr sowas. Ähm... Ja, okay. Aber ist das... Passt das zu der Frage, ist die Frage. Ja. Bauelemente aus Holz. Nach drei Jahren stahlhart sind. Also normalerweise ist ja Holz, was trocknet, nicht wirklich hart. Warum sollt das stahlhart werden, Holz? Weil die Forscher das herausgefunden haben. Wie? Beziehungsweise entwickeln. Vielleicht haben die da noch irgendwas... Oh Mann, ey, das ist schon wieder eine Frage. Okay. Was wäre das Unwahrscheinlichste nach unserer Strategie? Achso, wir haben ja gesagt, wir wollen, dass das Unwahrscheinlichste ist A. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. So, wir haben ja gesagt, wir haben immer das genommen, was von uns her logisch ist. Aber es war immer das Unlogischste von allen. Ja, ja, ich hab's verfolgt. Wollen wir also das Blödeste nehmen, was wir gesagt haben? Ehrlich? Ja? Die alte Strategie einfach, äh... Ja. Okay, ja, Solarenergie. Wir nehmen A. Ich bin gleich ganz schnell weg. Forscher der Universität Stuttgart entwickeln neuartige Bauelemente aus Fichtenholz, indem sie zwei Holzschichten so zusammenkleben, dass ihre Faserungen unterschiedlich orientiert sind. Weil sich Holz beim Trocknen senkrecht zur Faserrichtung stärker zusammenzieht als längs, schrumpft eine Schicht der sogenannten B-Layer-Holzplatte stärker als die andere. Je nach Dicke der Schichten, Orientierung der Fasern und Feuchtegehalt biegt sich so das Holz während des Trocknens in eine zuvor berechnete Form. Aber ihr seid teilnahmeberechtigt fürs Finale. Ihr habt ja 500 Euro und für euch können auch einmal 500 dazukommen aus der Kategorie damals. Wofür benötigte Georg von Neumeyer im 19. Jahrhundert 6.500 Flaschen? A. Er öffnete den ersten Kiosk, der Pannflaschen ausgab. B. Er konstruierte eine gläserne Kirchenorgel. Oder C. Er wollte Meeresströme mit Hilfe von Flaschenpost erforschen. Warte mal kurz. Hast du schon mal von der Neumeyer-Orgel gehört? Ich? Ja. Nein. A. Schließe ich aus. Ja, vor allem erst 6.500 Flaschen, dann sagt er, ich verkaufe die euch und ihr bringt mir die alle zurück. Das ist das erste Pannflaschen-System, das macht keinen Sinn. Gibt es nicht so eine von Neumeyer-Forschungsstation irgendwie in der Antarktis? Sowas in der Art, das klingelt bei mir, deshalb wäre ich bei den Meeresströmen. Dass das ein Geologe war. Ist ja unsere letzte Frage. Ja, also B würde ich, wäre natürlich super, die von Neumeyer-Orgel, das wäre echt Besonderes. Eine gläserne Kirchenorgel. Aber würde man die mit 6.500 Flaschen konstruieren? Naja, wenn sie gläsern ist, wäre das naheliegend. Bist du eher bei B oder eher bei C? Ich bin bei C, weil ich Meer und Meeresströme so mag, weil ich tauche. Das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Ich finde auch, ich bin... Das ist eine reine emotionale Situation bei mir. Bei dir ist das eine intellektuelle Situation? Naja, ich finde es auch schöner. Eine gläserne Kirchenorgel stelle ich mir schwerer vor. Kann natürlich gut sein, aber... Ich finde die Idee so schön. Ich finde die, allein emotional finde ich die Idee schön, mit 6.500 Flaschen die Meeresströme zu erforschen. Also wir schwanken zwischen B und C und sind mehr bei C, richtig? So ist es. Dann nehmen wir C. Wir nehmen C. C, genau. Und wenn das stimmt, hätte es ja auch nochmal für euch einen... Wäre es noch schön. ...mehrwert. ...mehrwert. Ab 1864 beauftragte der Forscher Georg von Neumeyer, die Kapitäne der deutschen Handelsflotte damit, auf ihren Routen insgesamt rund 6.500 Flaschen ins Meer zu werfen. In jeder Flasche steckte ein Formular mit den Koordinaten, wo sie ausgesetzt wurde. Wer eine Flasche fand, sollte die Fundstelle im Formular eintragen und es an die deutsche Seewarte zurücksenden. Im Laufe der Jahrzehnte kamen über 630 Formulare zurück. Als von Neumeyer all die Start- und Fundorte verbannt, zeichnete sich peu à peu eine Karte der Meeresströmungen ab. So, nochmal eine richtige Antwort. Und damit haben wir folgenden Angebissenstand vor dem Finale. Philipp Bernhard und Elton haben 500 Euro auf dem Konto. Sanam Abraste und Bernhard Hohegaben, 2000 Euro auf dem Konto. Und damit sind wir bereit fürs Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Feiertage. Feiertage? Ihr habt schon gesetzt? 2000 Euro. So, beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. In welchem dieser Bundesländer ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag? A. Niedersachsen, B. Saarland oder C. Sachsen-Anhalt. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt. Ab jetzt. So, beide Teams haben eine Antwort eingeloggt, haben Geld gesetzt. Wir sehen uns gleich wieder zur Entscheidung, meine Damen und Herren. Bleiben Sie bei uns. Herzlich Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Heute Abend um Viertel nach acht. In aller Freundschaft die jungen Ärzte der Weihnachtsfilm. Und natürlich auch mit dabei, Sanam Abraste. Und Philipp Dannen, unsere heutigen Gäste. Und wenn Sie noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für Ihre wissbegierigen Kinder sind, sind Sie mit, wer weiß denn sowas, das zweite Spiel bestimmt nicht verkehrt. Also, wir schauen auf die heutige Masterfrage. In welchem dieser Bundesländer ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag? Aber ist ja eh egal. So, Bernhard und Sanam haben 2000 Euro auf dem Konto. Wie viel habt ihr gesetzt? Ne, wir müssen leider bei uns anfangen. Achso, stimmt. Wir fangen ja auf der Seite an. Stimmt, stimmt. Das ist so ungewohnt. Ja. Ja. Wir sind nicht gestiegen. Hessen und Philipp haben 500 Euro auf dem Konto und haben gesetzt. 500 Euro auf dem Konto und haben gesetzt 999 Euro auf welche Antwort habt ihr getippt? Elton und Philipp haben getippt auf Antwort C. Bernhard und Sanam haben getippt auf Antwort B. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich bin geschockt. In Deutschland ist der 1. November Allerheiligen in 5 Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Und dazu gehören Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und... Komm schon, sag Saarland. Saarland fehlt noch. Sag doch Saarland. Saarland, ja. Saarland fehlt noch. Und... Fing mit Essern. Und damit gewinnen. Sannab und Bernhard, herzlichen Glückwunsch. Danke, das ist ja toll. 2.999 Euro heißt für jeden von euch 51,71 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt weiß man, warum ich der Facharzt und sie der Ursprung. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Ich muss euch hier ja anziehen, bitte ich gewinnen. Ja, 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 absolut. Also, vielen Dank 51,71 Euro für unsere drei Adventspieler, die heute gewonnen haben. Heute Abend für den Haft in aller Freundschaften, jungen Ärzte der Weihnachtsfilm. Morgen 18 Uhr sehen wir uns wieder, dann mit den Ehrlichförders. Also, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.